Es geht weiter im Lauterkeitsrecht und wir schauen uns heute das wirklich super wichtige Thema der Aktivlegitimation an und ich weiß, dass wir in unserem Schema den Punkt 2 vorerst einmal überspringen und wir fangen jetzt mit dem Punkt 3 der Aktivlegitimation an, weil ich habe mich dazu so entschieden, weil ich denke, das hilft uns später deutlich mehr und man kann auch es wie folgt aufbauen, nämlich man kann die Aktivlegitimation auch als zweiten Punkt prüfen, das ist auch möglich, dieses Schema hier ist kein starres Schema. Okay, zunächst einmal, das hatte ich auch schon in meiner Urheberrechtsreihe, nämlich wer will was von wem woraus, hier bezeichnet die Aktivlegitimation das wer, also wer kann den Anspruch gelten machen und die Passivlegitimation, die bezeichnet das von wem, also von wem kann ich das verlangen. Das sind die beiden Punkte, also Aktivlegitimation, wer ist der Anspruchsinhaber, der den Anspruch hier geltend machen kann. Jetzt, bevor ich anfange, möchte ich nochmal ganz kurz auf die Anspruchsgrundlagen im Lauterkeitsrecht kommen. Wir haben insbesondere den sehr klausurrelevanten Unterlassungsanspruch nach § 8 Absatz 1 UWG, dann gibt es daneben auch noch den Schadensersatzanspruch nach § 9 Absatz 1 UWG. Okay, hier müsst ihr wissen, dass die Schemata, also dieses große Schema, was ich hier immer einblende, das ist für beide Ansprüche identisch. Der einzige Unterschied ist, dass der Punkt 5 hier die sonstigen Voraussetzungen beim Schadensersatz muss das ein Verschulden sein und beim Unterlassungsanspruch muss das eine Wiederholungsgefahr oder eine Erstbegehungsgefahr sein. Dann gibt es auch noch den Verbraucherschadensersatzanspruch und hier, da steht drin, Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 UWG unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei dem § 9 Absatz 2 UWG wisst ihr schon aus der Lektüre des Gesetzes, wer hier aktiv legitimiert ist, also wer den Anspruch hier gelten machen kann und das ist natürlich der Verbraucher und nur dieser, weil im § 9 Absatz 2 steht, ist ihnen und dieses ihnen bezieht sich natürlich auf den Verbraucher. Hier seht ihr auch nochmal einen kurzen Obersatz. A könnte gegen B einen Anspruch auf Unterlassung nach § 813151 UWG haben. So sieht beispielsweise ein Obersatz in eurer Klausur aus. Und damit kommen wir jetzt zu dieser Unterscheidung kurz nochmal. Der Unterlassungsanspruch und der Schadensersatzanspruch, die lassen sich wie folgt verbildlichen. Wir haben einen bestimmten Zeitpunkt auf unserem Zeitstrahl. In diesem Zeitpunkt werden jetzt Ansprüche geltend gemacht. Und dieser Zeitpunkt, das ist der Zeitpunkt, wo die vorsätzliche oder fahrlässige, unzulässige geschäftliche Handlung vorgenommen wurde. Dieser Zeitraum in der Vergangenheit, da verlange ich als Anspruchsinhaber Schadensersatz. Weil, hey, zu diesem Zeitpunkt hast du eine unzulässige geschäftliche Handlung vorgenommen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt mein Anspruchgeld mache, da möchte ich Schadensersatz haben. Und der Unterlassungsanspruch auf der anderen Seite, der ist immer in die Zukunft gerichtet. Das heißt, Schadensersatzanspruch ist immer auf die Vergangenheit bezogen. Unterlassungsanspruch immer auf die Zukunft. Du sollst in Zukunft es unterlassen, diese geschäftliche Handlung vorzunehmen. Und deswegen Unterlassungsanspruch immer in die Zukunft gerichtet. Schadensersatzanspruch natürlich in die Vergangenheit gerichtet. Okay, jetzt kommen wir zum Unterlassungsanspruch. Und der ist wirklich mit Abstand der relevanteste Anspruch. Der ist in Absatz 1 geregelt, im Paragraf 8 Absatz 1 geregelt. Da steht drin, ja, der, man kann von einem, der eine unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann man Unterlassung verlangen, wenn Wiederholungsgefahr oder Erstbegehungsgefahr besteht. Und jetzt sagt der Absatz 3 im Paragraf 8, die Ansprüche aus Absatz 1, also der Unterlassungsanspruch aus Absatz 1, steht den folgenden, ja, Personen zu. Nummer 2, denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen, den qualifizierten Verbraucherverbänden, die in der Liste nach 4 U-Clack eingetragen sind, und auch den Industrie- und Handelskammern. Hier mal ein paar Beispiele für die Nummer 2, das sind beispielsweise der Tankstelleninteressenverband, also da haben sich ein paar Tankstellen zusammengeschlossen und die haben einen Interessenverband gegründet. Und dieser Interessenverband, ja, der kann die Ansprüche, den Unterlassungsanspruch geltend machen. Auch ein Bundesverband Automatenunternehmer, es gibt auch eine Zentralvereinigung des Kraftzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs und so weiter. Und die Nummer 4, da beispielsweise Gewerkschaften, steht auch hier drin, Gewerkschaften oder natürlich Industrie- und Handelskammern, die den Anspruch, den Unterlassungsanspruch geltend machen können. Okay, wir kommen mal zu einem kleinen Beispiel für den Paragraf 8 Absatz 3 Nummer 3. H ist Hersteller für Wattestäbchen für die Ohren. Auf der Verpackung steht 100 Wattestäbchen. Tatsächlich befinden sich in der Verpackung immer nur 97 Wattestäbchen. Kann der deutsche Verbraucherschutzverein Unterlassung verlangen? Hier nehme ich mal ein bisschen vorweg. Wir haben eine geschäftliche Handlung. Diese ist auch unzulässig, weil eine Irreführung vorliegt. Wir haben nämlich eine Angabe. Hier sind 100 Wattestäbchen drin und das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises ist 100 bedeutet 100. Also 100 Wattestäbchen meint 100 Wattestäbchen. So versteht das der angesprochene Verkehrskreis und die Realität weicht von diesem Verständnis ab. Nämlich in der Realität sind es keine 100 Wattestäbchen, sondern immer nur 97 Wattestäbchen. Somit haben wir eine Irreführung und das ist auch von Relevanz für die geschäftliche Entscheidung des angesprochenen Verkehrskreises. Und dann kommen wir in unserem großen Schema zu der Aktivlegitimation. Hier müssen wir immer in den 8 Absatz 3 schauen, weil wir machen hier jetzt einen Unterlassungsanspruch geltend. Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen und hier jetzt die Nummer 3, den qualifizierten Verbraucherverbänden, die in der Liste nach § 4 des UKLAG eingetragen sind. Hier müsst, ja in der Klausur wird es immer wie folgt sein, da wird immer in der Klausur drinstehen, hey der deutsche Verbraucherschutzverein ist in die Liste nach 4 UKLAG eingetragen. In der Realität oder in der Praxis müsstet ihr es dann wie folgt machen, ihr müsstet in den § 4 UKLAG schauen, da steht drin, das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten Verbraucherverbände und dann googelt ihr und bei Google kommt ihr dann auf die Seite des Bundesamtes für Justiz und da ist dann der deutsche Verbraucherschutzverein genannt und somit wisst ihr dann, aha, der deutsche Verbraucherschutzverein ist eingetragen nach 4 UKLAG in die Liste, die das Bundesamt für Justiz führt. Somit erfüllt der deutsche Verbraucherschutzverein die Voraussetzung nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 UWG und dann müsstet ihr noch die sonstigen Voraussetzungen prüfen, hier wäre es die Wiederholungsgefahr, die wird indiziert, die Passivlegitimation würde ich hier nicht mal ansprechen und somit kommen wir zum Ergebnis, dass der deutsche Verbraucherschutzverein hier Unterlassung von dem Wattelstäbchenhersteller H verlangen kann. Dann, jetzt gibt es aber noch den § 8 Absatz 3 Nummer 1 und der ist jetzt wirklich der mit Abstand klausurrelevanteste Tatbestand im § 8 Absatz 3. In der Nummer 1 steht drin, die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich vertreibt oder nachfragt. Jetzt müsst ihr euch natürlich fragen, wer ist Mitbewerber und Mitbewerber ist definiert in § 2 Absatz 1 Nummer 4, danach ist Mitbewerber jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Und hier habe ich schon die zwei Voraussetzungen markiert, nämlich einmal brauchen wir einen Unternehmer, der ist in § 2 Absatz 1 Nummer 8 definiert, danach ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlung ja vornimmt und ja, dieser erste Punkt ist eigentlich egal. Also in unseren Tutorienfällen wurde auch dieser erste Punkt, ja ich glaube sogar häufig weggelassen, also der wurde gar nicht angesprochen, weil wirklich jeder, jede natürliche oder juristische Person, also jeder kann, jeder kann Mitbewerber sein. Die zweite Voraussetzung ist aber wirklich super problematisch und hier liegt wirklich der Schwerpunkt. Denn wir müssen schauen, stehen die Unternehmen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis? So fordert es der § 2 Absatz 1 Nummer 4. Was bedeutet jetzt konkretes Wettbewerbsverhältnis? Hier müsst ihr wirklich diese Prüfung verinnerlichen. Zunächst einmal schaut man immer auf die Substituierbarkeit. Das heißt, wir machen gleich ein Beispiel oder wir machen gleich mehrere Beispiele. Wir haben zum Beispiel einmal die Zeitung X und die Zeitung Y und die Zeitung X wird von dem V1 Verlag verlegt und die Zeitung Y wird von dem Verlag V2 verlegt. Ja, in diesem Fall ist natürlich die eine Zeitung mit der anderen Zeitung substituierbar. Sie sind austauschbar. Das gleiche, wenn ihr Coca-Cola und Pepsi habt. Ihr könnt natürlich für einen Softdrink, könnt ihr Pepsi-Cola nehmen oder ihr könnt Coca-Cola nehmen. Das ist austauschbar. Also Pepsi-Cola und Coca-Cola sind Mitbewerber. Und sind Mitbewerber schon aufgrund dieser engen Auslegung. Jetzt gibt es noch einen zweiten Fall dieser Nachfragewettbewerb. Also das ist eigentlich genau das gleiche, nur man schaut halt aus der anderen Richtung. Also wenn zwei Kanzleien um die Jurastudentin J werben, weil die Jurastudentin J hat zwei tolle Staatsexamina, dann stehen die natürlich auch im Nachfragewettbewerb zueinander und dann sind die auch in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis. Aber das, also dieser zweite Fall, ja, habe ich, ich glaube in unseren zwölf Tutorienfällen kam der nicht einmal vor. Okay, also erster Punkt, Substituierbarkeit mit den Zeitungen habt ihr verstanden. Wir kommen auch gleich nochmal zu einem Beispiel. Der zweite Punkt ist die Substituierbarkeit aus Verbrauchersicht, dazu gleich ein Beispiel. Und die dritte, ja, der dritte Schritt ist die Wechselbeziehung mit Vor- und Nachteilen. Dazu auch nochmal gleich ein Beispiel. Wirklich wichtig, so wichtig, dass ich sogar einen roten Kasten hier rummache. Also wirklich wichtig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirbt mit dem folgenden Werbeslogan. Lieber drei Buchstaben und aus Frankfurt als zwei Buchstaben und abgeschottet vom Rest von Deutschland. Neben diesem Slogan ist ein Bild der Süddeutschen Zeitung platziert. Kann die Süddeutsche Zeitung hier einen Unterlassungsanspruch gelten machen. Hierfür müsste sie aktiv legitimiert sein nach 8 Absatz 3 UWG. Und das ist sie dann, wenn sie nach 8 Absatz 3 Nummer 1 Wettbewerber ist. Und Mitbewerber ist sie dann, wenn sie ein Unternehmen ist. Das ist definitiv die Süddeutsche Zeitung als juristische Person. Dazu müsste sie aber auch in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zu der FAZ stehen. Und hier sofort der erste Punkt, nämlich die Waren sind hier substituierbar. Ich kann, wenn ich eine Zeitung kaufen möchte, kann ich entweder die FAZ kaufen oder ich kann die SZ kaufen. Ja, beides ist eine Zeitung. Beides ist dieselbe Ware. Zweites Beispiel und dieses hier ist super wichtig, das kam häufiger vor in unseren Tutorienfällen. Das Unternehmen O ist Kaffeehersteller. Es wirbt mit dem folgenden Slogan. Statt Blumen, Onko-Kaffee. Dazu verwendet es ein passendes Bild, auf welchem ein Geschenkkorb, gefüllt mit Kaffee, von der Marke O zu sehen ist. Die Person auf dem Bild bringt dem Geburtstagsfeiernden also keine Blumen, sondern gibt ihm Kaffee der Marke O. Nochmal erklärt, weil ich fand es irgendwie schwer im Sachverhalt darzustellen. Also hier dieses Unternehmen O hat mit so einem Plakat geworben und auf diesem Plakat sah man, dass es um eine Geburtstagsfeier ging und anstatt eines Blumenkranzes hat diese Person, die ein Geschenk überbracht hat, hatte Onko-Kaffee. Also Kaffee des Unternehmens O dabei. Und dann stand da drüber, statt Blumen Onko-Kaffee. So der Fall. Und das ist ein BGH-Fall. Und hier müsst ihr unbedingt wissen, ja die beiden sind Unternehmen, ganz unproblematisch. Hier müssen wir in einem ersten Schritt sagen, nein Kaffee und Blumen sind nicht substituierbar. Das eine kann ich trinken, das andere, ja kann ich bestaunen. Oder Beispiel hier, wenn ich auf einer Beerdigung bin, dann bringe ich natürlich Blumen vorbei und keinen Kaffee. Also ganz klar, da ist der Kaffee komplett fehl am Platz. So. Aber in diesem Fall ging es um eine, keine Ahnung, Geburtstagsfeier oder sowas. Und hier hat das Unternehmen O mit seinem Werbeslogan darauf aufmerksam gemacht, hey, anstatt von Blumen könnt ihr dem Feiernden doch auch unseren Kaffee geben. Und hier hat das Unternehmen also hervorgehoben, dass Blumen und Kaffee für diese Situation substituierbar sind. Und deswegen hat der BGH in diesem Fall das konkrete Wettbewerbsverhältnis bejaht. Und somit, ja, wurden alle Voraussetzungen von 2 Absatz 1 Nummer 4 erfüllt. Und somit war das, der, somit waren diese Blumenhersteller und der Kaffeehersteller waren Mitbewerber. Okay. Also Stadtblumen, Onko, wichtiger Fall, den müsst ihr auch kennen. Ah ja, zweites Beispiel aus, was genau diesen Fall nochmal beschreibt. Da hat der B Bücher verkauft und der V verkauft CDs. Und jetzt hat der B damit geworben, dass Bücher viel besser sind als CDs. Auch hier natürlich die enge Auslegung ergibt, das eine kann ich hören, das andere muss ich lesen. Also die sind definitiv nicht substituierbar. Aber auch hier kommt dann wieder diese Stadtblumen, Onko-Kaffee-Rechtsprechung. Und die sagt dann, ja, der B hat hier diese, hat die Bücher und die CDs gegenübergestellt. Und deswegen sind die hier aus Verbrauchersicht substituierbar. Und deswegen ist in diesem Fall auch das konkrete Wettbewerbsverhältnis zu bejahen gewesen. Okay, jetzt habe ich, ja, zwei Fälle abgehakt. Ich gehe nochmal zurück, um das nochmal zu veranschaulichen. Wir sind jetzt hier bei unseren drei Prüfungsschritten, haben wir einmal hier dieses Beispiel gemacht mit den Zeitungen. Dann haben wir dieses Beispiel gemacht, wo ein Unternehmen, ja, hervorhebt, hey, anstatt X könnt ihr viel besser Y kaufen. Und weil das hier so hervorgehoben wird, sind die auch substituierbar. Okay, jetzt kommen wir zu der dritten Fallgruppe und diese hier ist am weitesten. Auch hier nochmal ein Beispiel aus der BGH-Rechtsprechung. V ist ein Verlag. Er verlegt Zeitungen und Zeitschriften und stellt zudem seine redaktionellen Inhalte im Internet zur Verfügung. Dieses Angebot finanzieren sie mit dem Entgelt, das sie von anderen Unternehmen für die Veröffentlichung von Werbung auf diesen Internetseiten erhalten. Kurz erklärt, das ist beispielsweise Spiegel Online oder sowas. Also, es gibt diese Artikel auch online, allerdings wird dann hier Werbung geschalten und aufgrund dieser Werbung wird dann der Zeitungsartikel finanziert. Okay, jetzt kommt die A und die A vertreibt ein Softwareprogramm. Dieses Zusatzprogramm für alle gängigen Internetbrowser unterdrückt die Werbung auf Internetseiten. Diese Software blockiert Werbung nach Filterregeln, die in einer sogenannten Blacklist enthalten sind. Inländische Nutzer von A verwenden standardmäßig eine internationale und eine deutsche Filterliste und A bietet jetzt Unternehmen, also A bietet jetzt beispielsweise Spiegel Online, die Möglichkeit an, ihre Werbung von dieser Blockade durch Aufnahme in eine sogenannte Whitelist ausnehmen zu lassen. Okay, so der Fall ganz stark verkürzt und ihr seht also das Geschäftsmodell von diesem Adblocker ist es, hey Unternehmen, wir unterdrücken bei euch die Werbung, allerdings könnt ihr euch freikaufen, sozusagen. Okay, jetzt ist die Frage, ja stehen die in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zueinander. Erster Punkt, Substituierbarkeit. Das eine ist Online-Zeitungsartikel, das andere ist ein Adblocker. Also komplett verschieden. Punkt, erster Punkt, wird nichts. Zweiter Punkt, die Verbraucher, die Substituierbarkeit aus Verbrauchersicht, aber auch diese ist zu verneinen. Hier sagt keiner, ja anstatt meiner Zeitung, ja Lies Adblocker oder so. Also das liegt auch komplett fern, auch dieser zweite Punkt ist nicht gegeben. Okay, jetzt kommen wir also zu dem dritten Punkt. Und der dritte Punkt sieht wie folgt aus. Nach der Rechtsprechung des BGH ist daher ein konkretes Wettbewerbsverhältnis anzunehmen, wenn zwischen den Vorteilen, die die eine Partei durch eine Maßnahme für ihr Unternehmen oder das eines Dritten zu erreichen sucht und den Nachteilen, die die andere Partei dadurch erleidet, eine Wechselwirkung in dem Sinne besteht, dass der eigene Wettbewerb gefördert und der fremde Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Und hier ist das natürlich kompliziert formuliert, allerdings nehme ich mal hier die Worte von dem Professor Oli aus seinem Skript in den Mund und sage, des einen freut, ist des anderen Leid. Also der eine freut sich, der andere leidet darunter. Hier also, der Adblocker freut sich, weil, hey, ich blockiere eure Werbung, kauft, ja, gebt mir Geld, dann kommt ihr auf die Whitelist und dann wird die Werbung auf eurer Webseite nicht mehr durch meinen Adblocker blockiert. Okay. So, der Adblocker, also der freut sich und die Webseite, also der Verlag mit den Online-Artikeln, der leidet unter dem Adblocker, weil der Adblocker blockiert die Werbung auf seiner Seite und das führt natürlich zu Beeinträchtigungen beim Umsatz, also der verdient weniger. Das heißt, der Adblocker freut sich, der Verlag, der ist traurig und des einen freut, ist des anderen Leid und somit, so der BGH, stehen die in einer Wechselbeziehung zueinander und deswegen, ja, ist das Wettbewerbsverhältnis, das konkrete Wettbewerbsverhältnis hier zu bejahen. Und somit ist der Adblocker Mitbewerber des Verlages. Okay. Perfekt. Das war's jetzt eigentlich auch schon von diesem Video. Ich möchte nur noch eine kurze Sache hier erwähnen, die werde ich auch nochmal beim Paragraf 6 UWG erwähnen, nämlich die folgende. Der Paragraf 6 UWG beruht auf Unionsrecht. Und hier hat der EuGH dann, ja, eine Entscheidung mal getroffen zu so Champagner und sowas. Ähm, genau. Und der EuGH, der kennt diese dritte Fallgruppe. Also diese Fallgruppe mit dem Adblocker kennt der EuGH nicht. Der EuGH kennt nur die Substituierbarkeit, die kennen wir, das war unser Zeitungsfall, oder die Substituierbarkeit aus Verbrauchersicht, also statt Kaffee, äh, statt Blumen Onko-Kaffee. Okay, das ist dieser zweite Fall. Diese beiden Fallgruppen kennt der EuGH, äh, der EuGH, sorry. Diese beiden Fallgruppen kennt der EuGH, allerdings kennt der EuGH nicht diese Wechselbeziehung. Das heißt, in unserem Fall mit dem Adblocker würde der EuGH möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, oder würde der EuGH zu dem Ergebnis kommen, Hey, die sind keine Mitbewerber, hier kannst du keine lauterkeitsrechtlichen Ansprüche geltend machen. Vielleicht würde der EuGH seine Rechtsprechung ändern, aber derzeit ist es so, dass der EuGH diese Wechselbeziehung nicht kennt. Das heißt, unser Adblocker-Fall, da würde der EuGH Ansprüche, oder besser gesagt, die Aktivlegitimation des, äh, des Verlages verneinen. Okay, perfekt. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und, wie gesagt, merkt euch bitte diese drei Schritte und die dazugehörigen Fälle. In den Schwerpunktklausuren ist es immer gut, wenn ihr auch nochmal in Klammern halt beispielsweise, ähm, ja, BGH-Werbeblocker 2, oder so in Klammern dahinter schreibt, weil das kann nicht schaden, wenn ihr diese Rechtsprechung kennt und dann zitiert in der Klausur, im Gutachten. Okay, perfekt. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann fangen wir nächstes Mal mit der Unzulässigkeit an. Und, ja, das wird noch ein bisschen abstrakt beim nächsten Mal, aber auf die übernächste Folge könnt ihr euch schon sehr freuen, weil dann wird es richtig interessant. Perfekt. Das war's dann. Bis dann. Das war's dann.